dann haben wir schon mal geschafft so jetzt der nächste das landesarchiv 32 metern da gibt es die unabhängigkeitserklärung ich sehe hier gar nichts bleib an ihnen dran kleben aber der luther king ist wieder unterwegs aber was der kann das können sie schon lange genau so sieht das nämlich aus wenn sie das nicht kann dann kannst du in den keller wo die erklärung auf drei weg aber zuerst müssen sie einander ganz gut so rein hier regnet vorsichtig rein herrlich das ist mit dem hier mir der überraschungsgast oder was naja das ist ja aber natürlich verraten okay wir müssen ja in den kerl warte mal hier der fürst wilhelm hat noch spezialen schocken hier alter wie sieht das denn hier aus alter was geht denn hier ab hier ist eine munitionskiste zum auf hier ist auch wieder eine kiste schlüssel der trussanz da müssen wir erst mal in irgendwelche katakomben klettern bibliothek sichern da ist da ist das ärger sekunden rechts roda was wolltest du denn machen ich habe jetzt noch einen schrank wer macht denn da immer zu weg der fürst die hat das geschützt geschmissen von oben kommen die die waffe ist echt gut die schönen satten sound hat sie ich weiß meine rolle von links dann ging es ok ich glaube nicht da hinten wird noch was angezeigt und ich bin auch gleich kommen da warum hat der schießt oder wird kann sie mir eine rolle geben die hinter dir her läuft jetzt kommt er pass auf da unten sind noch mehr kommen wir mal runter da oben ok das ist aber nicht meine rolle nicht deine oder auch so guck mal hier ist hier ist irgendwas oh eine knarrenkiste hier unten schön versteckt guck mal was sie da für eine schöne knarre kriegen ja auch jetzt mal einsammeln hier alles plundern ah das gibt es doch gar nicht gibt es die knarre überhaupt die man die man in division 1 hat gibt es die hier überhaupt ich weiß nicht also ich habe die noch nicht bekommen hier äh äh täuscht mich so ein bisschen hm aber für uns die für uns die brauchst du noch einen server hier ja nimm mich mit ey ja ja dann nimm mich kannst du mit ey braun ne den den hier blau 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 ah blau 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 komm mal 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 was ist los weiter jetzt oder nicht wie blau und weiß wie weiter ab nach oben blau und weiß verlasst mir in ihre hier ist nochmal moon ёт nicht muh 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 guck mal Tiere unsere alledie ist hier wir müssen hier lang durch lingering zu die frau kollegin chiarringe zu ohne Ziembrchen hier und da er verstanden ich helfe nicht so durch ratschen hier ratschen die ist die kiste ist ein bisschen keramik und elektronik ist eine frau du kannst aber nicht so und soll ich euch das geben ja wie viel grüste mal offen auf vorsicht über den code 1 0 0 7 wie immer sauber junge sauber aufpasst ich lass gehe ich das ja doch einige darüber auf die andere seite ist auch im haufen stehen sichern sie den bereich und dann schnell in den keller schütze wo ist dann wollen wir mal gucken ein bisschen hallo sagen warte passt auf dass kein heilemann da kommt das ist ja nicht so gut da kommt noch jemand ach du scheiße Leute Olli 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 ich hab fürstiger nicht willi hier ist aber die habe ich eine hose kollege hier gegen willi spielt der wilde will ich hier der wilde will die tür sieht aber gefährlich aus freunde und so eine tür schon mal gesehen aber die unabhängigkeit erklärt die unhelligkeit was nun helligkeit ja ist klar hier ist der kiste ist der alter kiste kaum ich komme weiter weiter shoppen stoppen stoppen aber nein habe ich nicht voll ja ist aber alles draus also dann sauber wie jetzt wer ich bin immer sauber wie warum sagst du saurücken zu mir vorrücken jetzt auch rücken gesagt einfach durch ja etage für etage dachte ich ja auch kommen sie mal runter hier jetzt moment mal warum hat er auch für seine moment die falsche die falsche klar wo ist meine schneider knarre in einem häuserkampf in einem innenkampf da musste kurzwaffe her kollege aber labern die sonst scheiße mal so durch die kiste die erklärung sollte sich recht im letzten lagerbereich befinden ich habe so ein leichtes problem ich bin meine kindes leipzig nicht mehr das gefällt mir nicht nachdem soll es auch gefallen sehr gut ich habe ich habe knieschoner gekriegt und tut das bei meinen vögeln jetzt nicht so weh ich weiß ja für den kopf oder parat oder ich mach gleich aus dir einen kopf echt ich hab mich doch mal wieder ein hier ihr beiden haben wir doch ja ich hab ich habe eine kleine knarre genommen hier also jetzt ist aber ihr gut jetzt bei mir warte mal da guck mal hier oder sieht nicht gut aus da kommt bestimmt 300 leute für ab achtung mal offen mit dem niedrig dienst grad wieder der sitzt ganz hinten da wie war okay ich würde mal vorne ich würde mal vorne im august und na ok sauber was denn hier da ist die nimm die jetzt mit ich hab's gar nicht ok agent wenn sie die erklärung haben dann nichts wie aus da vorsicht komm mal her hast du die erklärung mitgenommen hast du die erklärung die alte die hat die wieder mitgenommen ich hab gar nichts mitgenommen so aufpassen jetzt hier da sind äh seilchen zum springen ja springseilchen ok ab nach oben springseilchen nicht mit dem commander ok sauber da oben ja scheiße sauber alter was ist da oben los gar nix wird der halbwissen mit dem die mann bericht da die alte rastet hier aus scheiße was ist da los ich komm auch mal ich komm auch mal sagst du ich alter was dich nie haben geh los ja oh 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 okay und also willkommen sp значит Pacific auch müssen die ein der war wie 66 800 j j Scheiße, die schmeißen auch Granaten da oben. Lila ist unten. Was geht da ab, ey? Der Lila, der Gelbe kommt runter. Lila ist da unten. Sauber. Der Lila, äh, der Gelbe ist links. Verpasst, der kommt jetzt gleich nicht die Tür. Oder auch nicht mehr. Der Gelbe kommt jetzt gleich. Ja, ich schmeiß ne Rolli. Im Gelben. Genau. Wenn er blutet, einfach nur draufhalten, der wird gleich herauskommen. Ich muss mich mal eben aktualisieren. Oh, da kommt Nachhut. Ach, da oben ist wieder einer, die Lande am Geschütz. Kommt her, Mann! Ja, können wir nicht. Da oben ist einer im Geschütz. Das ist der Garnat. Soll ich doch nicht so an, ey? Kalt hat Geschütz, in meinem Auge. Ich hoffe, du mal durch den Gelb. Der ist down. Wir haben die Erklärung im Weißen Haus ausgestellt und verkündet, dass sie gesichert wurde. Das ist eine starke Botschaft. Und sie gibt den Menschen Hoffnung. Habt ihr super gemacht. Stufenaufstieg, hast du gesehen? Alter, hier. Erstmal einsammeln hier. Noch nicht rausgehen. Nein. Rausgehen, Alter. Raus. Hier oben. Da draußen regnet. Wo hier oben? Aber da war nichts mehr da oben. Oben, wo der Tönis mit seiner Flintgang da steht. Oh, hier ist noch was. Oh, heftig. Leute, heftig. Hier ist noch jede Menge. Wie kommt man denn da oben raus? Ganz an den Seiten hochklettern. Also, ich gucke mal. Hier, da musst du klettern. Jetzt hast du ihn hier. Jetzt heb den Don mal hoch. Schönes Bild hier, oder? Oh, hier ist auch noch was zum Plündern. So, jetzt will ich erstmal wissen, wo meine Sniperknarre ist. Gibt's auch gar nicht. So, der ist, der ist tot. Wo ist deine Sniperknarre? Auf S, geh auf I. I. Dann wählst du oben eine Waffe aus und dann gehst du einmal durch. Wie auf I? Ja. Das ist nicht I. Du meinst, was ich gerade mache, aber ich finde die nicht. Moment. War die das nicht hier? Moment, stopp. Wo ist die? Alter, ey. Ich bin hier, ey. Nee, ich bin hier Mr. Rang Bang Dang Le Dang, ey. Der Fürst ist ja voll in Action. Rang Bang Ding 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 Ding. Ist der. Der Fürst gibt alles. ich bin ja auch der einzige der schaden macht du machst schaden das stimmt wo du lang ist noch machst du schaden das war ein lieb so dann gehen wir mal raus und gucken mal dass wir uns zum weißen haus durchschlagen oder nicht gesamtschaden mann verdammte level 2 knarre mehr gesamtschaden hat als level 5 knarre doch hat kann das thema kenne ich schon irgendwo her wie es es nicht glauben aber es ist tatsache ist oder draußen baller als gleich baller ich auch ja dann kommen wir hier raus dann darf sie hier ballern aber wo kann ich denn hier mal meine führung qualitäten ausbauen könntest du wenn du dich hättest als frisse wenn du das sie hast dann komm mal hier raus und den weg frei herr führungsoffizier der führung moment ich muss doch mal einsammeln ich lass dir mal rausgehen kanonenfutter ob man dies hast geschafft oder was er hat aufgehört zu regnen immer wo sind sie jetzt sogar keiner und da hinten ist noch was denn hier aus meine gute leute wer schreit denn da hat schönes bild hier ne guck mal aber hier wird geschreit geschreit da kommen sie ach da okay das war schon da kommt noch mehr gegen das oder nicht die hose oder irgendwas hat eine hose die waffe ist echt gut hier lassen für eine das ist na warte ich sag's dir sofort was in ihre handtasche das ist eine mk 17 militärversion mit 1166 schaden die ist also echt warum habe ich den so warten ich habe eine hier mit 700 schaden das ist ja gar nichts tauschen wo kann ich hier meine fertigkeitspunkte warst du gar nicht da waren gegner ich denke aber schlecht nie auf mich der sah so lustig aus wie der fürst mit seinen haaren wie mache ich denn hier meine 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 punkte hier vergeben wie deine ganze dort kannst du nur im schäfhaus so ja da muss ja müssen wir auch mal hin ich muss verkaufen gehe richtig junge und da muss der fürst seine haare ihr wisst schon du hast ja hier ist der löwe was die löwe denn hier schon wieder vorgerannt willi hier für das abschiedsfoto müssen wir zum löwen willi willi kommst du schon wieder vorgerannt ja ich komm ich komm hier im park abschiedsfoto bei mir hier da wer sitzt auf dem löwen keiner an nämlich der runde sekunde sekunde auch weg nach von hinten scheiße kommen die denn her das kann doch nicht ich habe eine schwere verwundung glaube ich jetzt nicht doch da habe ich jetzt nicht mit gerechnet ich wollte gerade nur aufsammeln hier ja ich wollte auch nur ein abschiedsfoto machen weil ja ich auch für sie da komm ran hier ich kriege dauernd kisten geschenkt ich werde schon wieder angeschossen fast tot ja nimm doch mal einfach mal ihr muss hier hinter mir ein sniper hinter mir pass auf uns zu deiner linken gleich hier muss ein sniper und er schießt gut dahinten rennt einer das stand da gewesen zu sein wo ist denn der fürst du schon wieder eine luther mensch führst du hast wieder so ein bisschen komisch 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 da rein ich will auch gucken einfach über saun durch über zauber 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 ja man muss eine miete ich muss jetzt mal sammeln und stelle ich mal so vernünftig hier die andere seite komme ich rüber also genau jetzt genau warte 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 jetzt bin der härteste von allen wenn ich drei zwei foto noch mal foto und noch mal foto alles klar ich bin auf dem foto bin dann ist das foto direkt doppelt so viel wird dann sagen wir mal bis zum nächsten mal und dann ist dann leute